Das Einkaufen im Internet bringt zahlreiche Vorteile. Es kann Zeit, Mühe und Geld sparen. Leider gibt es aber auch im Internet schwarze Schafe, die zum Beispiel Waren trotz Bezahlung nicht liefern oder gefälschte Markenprodukte verkaufen. Damit Sie nicht in diese Falle tappen, haben wir die drei wichtigsten Tipps zusammengestellt. Erstens, holen Sie Erfahrungen von anderen ein. Geben Sie zum Beispiel in die Suchmaschine den Shop-Namen gemeinsam mit dem Wort Erfahrungen als Suchbegriffe ein. Zweitens, vergleichen Sie Preise. Kriminelle Anbieter locken oft mit auffällig günstigen Preisen und natürlich hat im Internet auch niemand etwas zu verschenken. Preisvergleichsportale können hier eine wertvolle Orientierung anbieten. Und drittens, achten Sie auf die Zahlungsmethode. Gerade wenn die Vorauskassezahlung mittels Banküberweisung die einzig angebotene Zahlungsmethode ist, heißt es besser, Finger weg von diesem Online-Shop. Denn wenn man betrügend auf den Leim gegangen ist, kann so eine Banküberweisung nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und generell, wenn Sie einmal Probleme beim Einkaufen im Internet haben, unterstützt Sie die staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle Internet-Ombudsmann. Und tagesaktuelle Informationen über Betrugsfälle im Netz finden Sie auf der Watchlist Internet. www.watchlist-internet.at